ja schön dass sie wieder dabei sei zu einer weiteren runde ob words legacy mit mir den latax ist ja wir waren jetzt meine kartenkammer und haben dort den auftrag bekommen dass wir professor fick im schloss rockwood treffen sollen und ich bin jetzt schon auf der schnellreise nach hier unten teleportiert wir sind hier unten ist ob words wir sind jetzt hier unten bei health fort so und ich würde sagen haben wir denn hier noch wir haben noch handbuchseiten dafür zu sagen die nehmen wir noch eben mit und dann gehen wir zum professor fick und was damit der zweiten prüfung ist so da müsste auf jeden fall handbuchseite sein die holen wir uns doch eben schnell die habe ich wohl beim letzten mal übersehen das geht ja schnell so die bewohner von fellkopf nutzen sie gelegentlich um sich in der zauberei zu üben vor allem vor dem hintergrund des jüngsten kobold an vor allem vor dem hintergrund der jüngsten kobold angriffe fängt er schon wieder gut an und da ist auch noch eine kiste sich bleibt die sammeln wir dann natürlich auch so ich glaube hier war aber noch eine noch eine handbuchseite wir scrollen wir näher rein ja da ist es doch so am brunnen ich habe es mir doch schon fast denken können der brunnen von fellkopf versiegte vor etwa 400 jahren während einer großen dürre leider gab es infolgedessen viele tote darunter auch ein klein jungen dessen vater sich noch jahre darauf weigerte zu sprechen der legende nach war die lage gerettet als eine gruppe wohlwollender hexen und zauberer eine noch nie dagewesene mächtige magie einsätze um der region neues wasser zu spenden ich würde sagen auch auf ihr lauft man jetzt vielleicht noch was unterwegs und schloss hier knacken ich meine wir schon mal hier unterwegs sind ja ich lasse ich viel zu viel ablenken aber da liegt immer so schön auf dem weg dann kann man dann schön mitnehmen immer so beim ganzen quatschen nicht vergessen die schlösser zu knacken so wir müssen ja auch noch diese diese demigeise finden ich glaube wir haben nur sechs erst sechs stück und neun stück brauchen wir für den haus meister damit wir die nächste rufe und schlösser knacken lernen auf jeden fall schon mal was gefunden sonst ist ja auch nichts mehr ja wir müssen hier sowieso später wahrscheinlich noch mal hin und alles genau untersuchen wir fliegen jetzt schnell zum fluss hier rüber denkt man sonst brennt uns nämlich die zeit weg wo ich hatte auch noch so pulver irgendwo ja ich komme vorbei ok da tun wir uns später ob da können wir uns auch holen wenn wir hier die quest machen hier drüben hier drüben hat er gesagt so da ist er ja was ist hier los professor ruckwood hatte recht hier wimmelt es von victor ruckwoods handlangen und rennrocks anhängern sie machen gemeinsame sache aber sie mögen sich eigentlich nicht sie werden mir wohl zustimmen dass wir einen anderen weg hinein finden müssen gehen wir aus dass wir sollen wieder schleichen gucken mal wenn ja sowieso erst mal tarnmodus können wir ja schon mal gehen so dann holen wir uns natürlich auch das flug wohl weil ihr sagt war flohflammen so ich habe ich Ich glaube, da kommen wir nicht rein. Ich denke mal, wir müssen hier durch. Die werden uns entdecken. Da dürften die uns doch hier nicht sehen. Jetzt geht der da hinten hin. Wieso nicht der von hier vorne? Der Professor sagt auf jeden Fall nix, dass wir einen der verbotenen Flüche eingesetzt haben. Hätte er sein können, hat er meckert. Aber ihn scheint das nicht zu stören. Hauptsache, wir kommen weiter. Hier ist nix mehr, ne? Ich sehe schon, da ist auf jeden Fall... Doch, ich! Oh, beide erwischt. Wo ist denn der andere? Hinter den Kisten versteckt. So geht das aber nicht, Freunde. So. Haltrinke war fast voll. Mal eben schauen. Hier irgendwo was ist. Gibt sich das hier noch irgendwie was Schönes versteckt? Ich glaube nicht, ne? Ne. Was war denn da? Da gibt es vier Wesen. Ich komme mal eben schnell auf die Karte. Was gibt es denn da? Super Bau. Die haben wir auch noch nicht. Wollen wir uns auch noch mal. Peter. Wie gesagt, wir machen ja jetzt erstmal hier die Quest. Wenn wir uns erstmal hier ins Schloss reinkommen. So. So. Acht, komm, wir sehen. So, wir machen uns direkt auch wieder unsichtbar. Oh. 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 umgraben, wenn du mir endlich das Kind bringen würdest. Wir bräuchten das Kind nicht, wenn du keinen Drachen geschickt hättest, um den Behälter zu holen, für den ich dem Ministerium zahllose Gefallen getan habe. Du hast sie einsteigen lassen. Meine Möglichkeiten waren beschränkt, denn in dieser verdammten Schule wäre er außer meiner Reichweite. Hast du hier nicht genug Einfluss erlangt? Ich habe dich das Haus meiner Familie untertunneln lassen. Mich lassen? Du bist hier, weil du von einem Hüter abstammst und in Zukunft eventuell irgendwann von Wert sein könntest. Wir hatten uns geeinigt. Ich teile die Macht mit dir, die ich gefunden habe, und du findest die noch verborgenen Magievorräte. Also, wenn du keine weitere Demonstration meiner Macht sehen möchtest, einer Macht, die du selbst begehrst, bring mir das Kind. Wir wussten, dass sie hinter ihnen her sind, aber jetzt wissen wir, dass sie Speicher der Magie suchen. Und Renrock weiß von den Hütern. Ja, das habe ich auch gehört. Professor Rookwood sagte, dass sie nach der nächsten Prüfung mehr verstehen werden. Gehen wir in das Schloss. Was ist jetzt passiert? Soll ich deiner Mutter noch was übermitteln? Ich bin ein wenig entkriegt. Ich bin ein wenigstens, was ich ging auswitzen. Oh mein Gott. Ich bin ein wenigstens. Es war mir heute beim Hochschule. Nein, das war mir wirklich. Das war mir heute. Die Ist nicht gewinigt. Oh mein Gott, bin ich die Fluss. Soll ich den Fluss-Pfäinchen rundher? So kommen die alle weg! Ich werde jetzt warten! Enddoktor! Lass das! Ein trennen mit ganzem Umständen, was? Entwürzel! Das ist ein Wunsch! Das ist ein Wunsch! Ein Wunsch! Ein Wunsch! Achtung! Glädiose! Ein Wunsch! Ein Wunsch! Das ist eine Wunsch! Das ist ein Wunsch! Das ist ein Wunsch! Wir gehen jetzt einfach auf! Ich nehme die Olle. Sого, die erste! Wann ist es, größer! Sieht euch! Er gab uns einige你可以. Geh ich bin zeit nahe! ich habe noch eine du kannst es nicht mal noch einer er hat den in die luft geschossen oder was gut aber ich glaube das war es und den kampf haben wir auf jeden fall überlegt muss ich hier rüber klettern geht das hallo hat gesehen ist dann nicht kommen wir raus da ist nichts mehr wir nehmen natürlich erstmal alles mit was wir hier finden bevor wir weiter gehen was um die donna was ich kann man denn da jetzt dran, wartet mal. Ähm, ich hab ne Idee. Ja, ich glaub, das geht nix. Gut, da kommen wir nicht dran. Ähm, sonst da ist noch was. Okay, da ist alles auf der anderen Seite. Ich glaub, wir müssen jetzt hier die Treppe rauf. Da ist noch eine Kiste. Ich glaub, dann haben wir hier unten alles, ne. Ah, da liegt noch was. Hier hab ich auch noch irgendwo was gesehen, da. Jetzt müssten wir aber alles haben. Wie gesagt, nix liegen lassen, wer weiß, dass Jumann das später alle braucht. Vermut mal, dass wir hier hoch müssen. Ich glaub, hier hinten ist nix mehr, ne. Hier ist ne Kiste. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Das hat keiner mitgekriegt. Da können wir aber fast gar nicht. Ach, der Professor ist schon da unten. Ist der denn da so schnell hingekommen? Das ist wohl der schnelle Weg nach unten. Ja, Sie sagen, ist Professor. So. Komme ich aber trotzdem erstmal hier oben. Habe ich doch noch draußen was liegen lassen? Ja, egal. Dann ist das jetzt halt so hoch. Aha, da ist ein Mechanismus. Einen Moment, wartet mal. Der geht bestimmt zurück, ne. Ja, ja. Da hatte ich doch schon zweiten gesehen. Wo ist der andere? Ja. Das sind drei, wenn ich das richtig sehe. Was hat es mit den symbolischen Winden auf sich? Ich kenne solche Symbole. Ich muss sie alle finden. Und sie dann schnell hintereinander verzaubern. Ah, jetzt hat geklappt. Okay. Da geht's, da unten geht's weiter. Ja. Ich bin noch da gar nicht durchlaufen. So, fällt gerade ein. Ich habe doch noch ein paar Skillpunkte, glaube ich. nicht drüber, ne. So, und zwar ganze fünf Stück. Dann gucken wir doch mal hier. Äh, Kruzio haben wir, ne. Was macht der denn? Wenn ein verfluchten Ziel Schaden zugefügt wird, erhalten alle verfluchten Ziele Schaden. Ja, das ist ja eigentlich schon mal gar nicht verkehrt. Jupp. So, was haben wir hier? Stupa hat auf Gegner denselben Effekt wie ein Fluch. Verfluchte Gegner erleiden erhöhten Schaden. Ja. Was macht der? Expelliarmus hat auf Gegner denselben Effekt wie ein Fluch. Verfluchte Gegner erleiden erhöhten Schaden. Okay. Und hier Rückstoßfluch. Flipendo hat auf den Gegner denselben Effekt wie ein Fluch. Verfluchte Gegner erleiden erhöhten Schaden. Gut, dafür muss ich natürlich dann auch die Zauber hier benutzen. Deshalb gebe ich da jetzt noch keine Skillpunkte rein. Ein Fluch-Effekt achtet länger an einen Gegner. Ja, das kann man machen, ne. Was haben wir hier? Verlangsamungsfluch. Arresto Momentum hat auf Gegner denselben Effekt wie ein Fluch. Okay. Oh, den Kruzio, ne. Den nehmen wir auf jeden Fall. Ein Treffer gegen einen Gegner, der mit Kruzio verflucht wurde, setzt ein Geschloss frei, das seinen Gegner in der Nähe auch verflucht hat. Das ist schon mal Perfekto. So, dann haben wir nochmal Kruzio. Wenn du ein verfluchtes Ziel besiegst, wird ein Teil deiner Gesundheit wiederhergestellt. Oh ja. Nehmen wir auch mal mit. Was hätten wir denn hier noch? Den können wir zwar noch nicht. Benötigt Stufe 22. Wieso können wir den noch nicht lernen? Achso, muss Avada Kedavra wirken können, um dieses Talent freizuschalten. Das Töten eines Gegners mit Avada Kedavra tötet alle verflucht. Oh, Leute. Wir müssen Avada Kedavra lernen. Später noch. Irgendwie wann. So. Machen wir auf jeden Fall mit Kruzio schon mal ein bisschen mehr Schaden. Und verteilen den besser auf. Sie sind uns einen Schritt voraus. Folgen wir ihnen. Oh, ich will jetzt die ganze Zeit unsichtbar hier rumlaufen. Ich glaube, da hinten geht's weiter. Ja? Nein, schon. Kommen wir hoch? Ne, ne? Da links liegt was. Das hatte ich schon gesehen. Was ist denn mit dem anderen Raum? Da kommen wir da noch nicht hin. Da kommen wir noch gar nicht hin, ne? Oh, ich. Was muss es sein? Der Magievorrat und die Quelle von Renrogs Macht. Sieht leer aus. Warum sind sie noch hier, wenn sie alles entnommen haben? Renrog sagt, dass es noch mehr zu finden gibt. Wenn er damit recht hat, liegt es womöglich hier. Wo auch immer es ist, wir müssen es finden, bevor sie es tun. Wo ist das Entree? Dann fand ich jetzt ein bisschen blöd, dass der Professor sich hier umgedreht hat. Weil ich wollte ihm eigentlich während des Gesprächs angucken. Aber gut, ist so. Kann man auch nichts machen, leider. So, wir suchen Portrait. Hier können wir nichts machen. Ne, da. Sagen wir gehen mal hier weiter. Geht so aus, als wenn wir hier weiterkommen. Ich habe etwas gehört. Ich hatte gehofft, dass Sie es sind. Na, da ist das Portrait. Wir schauen uns aber erst hier um. Gut, das scheint es gewesen zu sein. Was haben wir denn da? Kann man nicht wirklich lesen, ne? Ja, ich gehe noch ein bisschen näher ran. Ne, kann man nicht lesen. Ich auf jeden Fall nicht. So. Professor Rockwood, die Kobolde und die Schwarzen Magier im Schloss suchen nach Magievorräten. Sie haben einen Behälter aufgebrochen. Nein. Es ist noch schlimmer, als ich gedacht habe. Wenn, wie Sie es Percival sagten, ein Kobold in seinem Verlies mächtige Magie wirkte, dann haben Sie irgendwie gelernt, das kann nicht sein. Und Sie wissen, dass Sie ein Hüter waren. Renrock nannte sie so. Das ergibt keinen Sinn. Wie er hat... Das besprechen wir später. Jetzt müssen Sie die nächste Prüfung absolvieren. Verdiene mehr Informationen. Ich bin bereit. Ne, ich würde sagen, wir verdienen mehr Informationen. Sir, ich habe mich doch sicherlich bewiesen. Angesichts der Geschehnisse sollten Sie mir vielleicht alles sagen. Sie müssen diese Macht zuerst vollkommen begreifen. Dafür sorgen diese Prüfungen. Macht ohne Wissen ist enorm gefährlich. In den falschen Händen? Wir müssen Renrock überlisten. Und meinen unseligen Namensvetter. Gut, Professor. Sagen Sie mir, wo ich hin muss. Ich werde es Ihnen zeigen. Professor Fick muss Sie jetzt verlassen. Okay. Eine weitere Prüfung. Verbinde dich mit der alten Magie. Wo ist sie denn? Ich würde mich Ihnen anschließen, wenn ich könnte. Ich erwarte Sie in der Kartenkammer. Ja, das muss ich hier leider alleine machen, Professor. Oh. Die zweite Prüfung. Ich würde sagen, wir machen hier für heute Feierabend, weil die Zeit ist fast um. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir machen dann beim nächsten Mal hier mit der zweiten Prüfung weiter. Bis dann. Euer Lataxis. Bye Bye. Bye. Bui! G6 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 G7 G7 G6 G7 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 Vielen Dank.